Ja, wir haben heute ja von sehr vielen Gebieten von unserem Dienst erzählt. Und eben nicht ganz ein so unübersehbarer ist die Veranstaltung. Das hier alles, was hier aufgestellt wurde, ist natürlich auch ein Riesendienstgebiet. Und ich habe das mal hochgerechnet, was für so eine Veranstaltung alles telefoniert und abgesprochen wird. Allein, wo werden die Kabel durchgezogen, wo muss die Box stehen, dass es keine Rückkopplung gibt. Und wie steil muss der Einfallswinkel vom Licht sein und so weiter. Wann müssen die Hänger losfahren, damit sie rechtzeitig da sind und so weiter. Das sind insgesamt, ist nur eine Hochrechnung, 2.539 Stunden telefonieren, 282 Arbeitstage. Ich müsste für eine Veranstaltung ein ganzes Jahr lang telefonieren. Jeden Tag. Ja, und dieses Kabel, jetzt sind wir beim Kabel 253. Ja, wir haben wirklich hunderte von Kabeln hier. Es ist ein riesen, gigantischer Dienst. Und auch das, so viele Ameisen. Ich denke, hier erleben wir diesen Schwarm, diesen Ameisenschwarm. Diese, ja, einfach in der Praxis. Und ich möchte euch auch dazu einladen, wirklich auch heute Abend das mal zu erleben in diesem Schwarm. Und ich habe dazu, da hat mir jemand geholfen noch, einen ganz kurzen Clip, damit ihr euch schon einpegeln könnt, welcher Sound dann abgeht. Dann heißt es nämlich, es geht los mit dem Abbau. Wir tanzen uns dann warm. Und ihr könnt jetzt kurz von der letzten Veranstaltung sehen. Da haben wir die Kamera eingestellt. Da haben wir kurz die Kamera mitlaufen lassen. Macht doch ganz kurz das Licht aus. Wir wollen, das ist nur eine Minute, schauen. Und uns die Musik dann merken, die ihr dann in der Mitte hört. Darum hilft jeder motiviert mit, um gemeinsam alles zu verräumen. Und das in 30 Minuten. Einer alleine kann das nicht. Darum braucht es genau dich.